Ah, hier ist Jonas mit der Lamello-Fräse am machen. Zeta steht da, das hole ich mir auch. Lamello-Zeta, das ist das Ding. Das holt... Was? 1170 Euro? Nein, danke. Mehr als 1100 Euro, um solche Lamellos hier zu fräsen? Das muss nicht sein. Die Zeta aus dem Intro ist natürlich gedacht für komplexe Verbindungen. Aber es gibt ja noch die Lamello-Klassik. Aber oh Gott, die kostet auch mehr als 500 Euro. Das ist ganz schön viel, um solche einfachen Lamellen einzufräsen. Zum Glück gibt es ja auch günstigere Maschinen. So zum Beispiel diese hier von Einhell. Tatsächlich das erste Mal, dass wir Einhell testen. Und nur ungefähr ein Zehntel des Preises. Für 52 Euro bekommen wir diesen Koffer hier in Plastik eingepackt. Das ist ein völlig neues Abenteuer. Wir haben einen Werkzeugkoffer, der in Plastik eingeschweißt ist. Ich habe mich übertrieben an diesen Scheiß-Karton geschnitten. Was? Ich wollte gerade sagen, das tut richtig weh. Aua. Jonas, du Memme, hör auf. Also eigentlich ist das doch ein Koffer, der das abkönnen sollte. Und hier ist ja auch noch dieses verfluchte Papier, was mich geschnitten hat. Und einen Sicherheitsverschluss, den wir jetzt natürlich auch noch aufschneiden. Und jetzt können wir endlich in diesen Koffer hier schauen, in dem unsere Flachdübelfräse sein sollte. Mal schauen. Oh Gott, ist es jetzt falsch rum? Tada! 52 Euro Flachdübelfräse. Mich erwartet der Duft von günstigem Kunststoff. Mittlerweile altbekannt. Fast schon wie eine Droge, der Geruch. Aber trotzdem auch schrecklich. Oh Gott. Also, wir haben Anleitungen. Wir haben dieses Tool, was für den Fräserwechsel sein sollte, denke ich. Wir haben diesen Staubsack hier. Der dürfte viel zu klein sein. Ich habe schon sehr viel mit Lamellofräsen gearbeitet, auch mit Dominofräsen. Und das Ding dürfte sofort voll sein. Also ich hoffe mal, dass wir irgendwie einen Staubsauger dran bekommen, sodass wir das schön absaugen können. Das macht nämlich die Ergebnisse viel besser, als wenn die Fräse zusitzt. Hier ist die Fräse. Diese Markierungslinien machen mich wütend. Aber sie fühlt sich erstmal... Oha, ich hätte mich auch fast geschnitten. Alter Schwede. Sie fühlt sich erstmal schön schwer an. Und wir... Was ist das für ein Stutzen? Das bauen wir da dran. Snacktide. So, was kann das Ding? Dieses Teil hier zur Winkeleinstellung ist aus irgendeinem Grund mit Folie bedeckt. Was aber schon mal schön ist, wir sehen, wir haben hier die Möglichkeit, Lamellos in verschiedensten Winkeln einzufräsen. Wir können das also hier feststellen und können dann in einem Winkel unserer Wahl... Was ist das? Was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Wir haben eigentlich hier diese roten Markierungen. Und normalerweise würde ich ja dann von oben gucken. Hier ist es aber nicht rot angemalt. Hä? Was macht das denn für einen Sinn? Von unten schon. Aber von oben nicht. Hä? Und was können wir hier machen? Nee. Wir können die Höhe feststellen. Moment. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Weil wir das sonst nicht machen. Wir gucken uns eigentlich die Geräte immer an und für sich an. Was kann dieses Gerät? Aber ich sehe jetzt etwas. Es tut mir leid, Lamello. Aber hört jetzt gut hin. Es gibt zwei Sachen, die mich an Lamello fräsen massiv triggern. Aber wirklich so, dass ich jedes Mal beim Benutzen denke, warum ist das so? Das eine ist, wie man anlegt. Ich finde dieses Zeichen eines Tischlers ein bisschen unwürdig. Weil es irgendwie... Ich weiß, dass es bei Lamellos nicht so präzise sein muss, wie zum Beispiel bei Dominos. Trotzdem nervt mich die Markierung. Die ist irgendwie etwas ungenau, finde ich. Das ist hier bei dieser Fräse im Prinzip genauso. Wir gucken uns das später aber noch genauer an. Was mir aber jetzt auffällt. Wir haben hier eine staubige Lamello-Fräse, bei der wir die Höhe nicht verstellen können. Wir können tatsächlich nur den Winkel verstellen. Und wir hören auch schon, das ist tausendmal besser gemacht. Das ist eine hochwertigere Fräse. Wir können aber nicht die Höhe verstellen, so wie hier. Aber Jonas, könnte der eine oder andere jetzt sagen, das, was du sagst, stimmt überhaupt nicht. Das, was ich sage, stimmt doch. Wie fast immer. Das ist natürlich Quatsch. Also, bei dieser Fräse können wir so erstmal nur den Winkel einstellen. Daran ist überhaupt nichts verkehrt. Wir können das so machen. Und wir können in dieser Einstellung das Ganze auch festmachen. Es gibt trotzdem natürlich auch bei den Lamello-Fräsen die Möglichkeit, die Höhe einzustellen. Aber wie ich finde, ist das nicht wirklich gut gelöst. Denn ich brauche immer dieses Zusatzteil. Das ist in der Werkstatt erstmal gar nicht so schlimm. Weil wir das Teil einfach hier draufstecken können. Wir können dann hier unsere Höhe einstellen. Und können dann auch den Winkel wieder einstellen. Was ich allerdings daran immer etwas umständlich finde, ist, man muss dieses Teil immer dabei haben. Oder wissen, wo es ist. Weil es sonst nicht funktioniert. Wenn ich dieses Teil hier verlege und es nicht wiederfinde, ist die Höheneinstellung futsch. Man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, warum lässt du das Ding nicht einfach immer drauf? Wir haben hier diese Markierung. Die finde ich nach wie vor nicht ganz so gut. Und wir haben natürlich auch nur ein sehr, sehr kleines Sichtfenster. Wir könnten auf der anderen Seite reinschauen. Aber sobald wir das Ganze tiefer absenken, können wir da dann nicht mehr wirklich was sehen. Und auch wenn wir es höher machen, ist das Sichtfenster sehr klein. Vor allen Dingen, wenn wir es mit dem Sichtfenster vergleichen, was wir eigentlich bei der Lamello-Fräse haben. Da ist zwar dieser Pfeil, der mich stört. Aber an sich habe ich eine wunderbare Sicht und kann sehr, sehr gut peilen, wo ich fräsen möchte. Ich finde das, so wie hier, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Einstellung jederzeit ohne extra Bauteil vorzunehmen, einfach deutlich einfacher. Und das ist etwas, was ich seit Jahren eigentlich nicht verstehe, warum das nicht geht und warum das jetzt eine Fräse für 50 Euro kann. Die hier kostet zehnmal so viel. Naja, das wollte ich euch nur mitteilen. Ich bin ein bisschen schockiert, hätte ich gesagt. Macht daraus, was ihr wollt. Auch ihr anderen, vielleicht Lamello oder so, wenn ihr zuhört. Ich packe die jetzt wieder weg, weil wir uns ja die angucken wollen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Es scheint ja möglich zu sein. Zurück an dieser Maschine. Wir legen natürlich hier mit an. Aber das ist schwer zu sehen. Und das hier, diese Linie, scheint eigentlich genau in einer Flucht mit der zu sein. Aus meiner Sicht wäre das eine sehr sinnvolle Linie, um die auch rot zu machen. Damit man einfach eine längere Markierungslinie zieht und hier und hier dann drüber peilen kann, ob man gerade anlegt. Aber wer bin ich, um das zu fordern? Also wir können die Höhe einstellen. Das finde ich sensationell, ehrlich gesagt. Das finde ich sehr... Sehr gut. Ich weiß natürlich, man sieht jetzt schon, dass das natürlich ein bisschen Spiel hat. Aber wir gucken gleich mal. Wir haben hier noch eine Einstellung, wo wir einstellen können, was wir fräsen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber... An der 20 geht er gleich vorbei. Also das... Ja, es scheint erstmal zu funktionieren. Haben wir denn hier einen Fräser drin? Ja, da ist unser Messer. Und so funktioniert das nämlich auch. Wir haben im Prinzip so ein verlängertes Fräsmesser, womit wir dann die Form unseres Lamellos zur Hälfte ausschneiden. Wir wollen natürlich jetzt erstmal wissen, ob das Ding überhaupt fräst. Weil es gibt tatsächlich bei allen Lamello-Fräsen noch etwas, was mich extrem triggert. Aber ich sag's euch noch nicht. Wir werden es gleich herausfinden. Was ich ultra cool finde ist, so eine Höhenverstellung ist natürlich toll, weil wir je nach Materialstelle... Stelle? Stärke? Stärke, die Stelle auswählen können, wo der Lamello sitzen soll. Wir könnten zum Beispiel auch entscheiden, dass wir einen oben haben wollen und einen unten. Bei der Domino-Fräse geht das auch. Und ich mag dieses Feature sehr. So, wir haben jetzt hier ein Stück Moldi-Blacks. 22 Millimeter. Jetzt ist natürlich die Frage, auf was stelle ich das jetzt ein? Auf 11? Um bei der Hälfte zu landen. Die Einstellung ist... Sie ist wie für 52 Euro zu erwarten. Sie ist da, aber sie ist jetzt nicht der Knaller. Und im Prinzip müssten wir jetzt hier mittig reinfräsen. Wenn das gehen würde, fände ich das schon sehr, sehr... Aber wir sind nicht bei 90 Grad. Oh Gott, ich dachte gerade schon, das kippelt aber doll. Das fände ich schon sehr, sehr gut, wenn das jetzt so wäre. Wir schließen jetzt mal den Staubsauger an. Und natürlich auch erstmal das Kabel, damit wir ihn überhaupt loslegen können. Und dann geht es hier auch gleich los, wenn ich so weit bin. Jetzt. Das Kabel ist nicht so lang. So, dann schmeiß mal den Hobel mal an. Es ist wie bei jeder anderen Lamello-Fräse. Das Geräusch ist ziemlich schrecklich. Aber wir haben unseren Schlitz gefräst. Eine Sache zur Begrifflichkeit sollte man vielleicht kurz erklären. Das Ding heißt Lamello, weil der Erfinder das so genannt hat. Und deswegen heißt die Lamello-Fräse Lamello-Fräse. Es ist aber wie bei der Flex. Lamello ist auch eine Marke. Die Marke, die das Originalgerät vertreibt und es erfunden hat. Das hier ist eine Flachdübel-Fräse. Die Flachdübel fräst. Also diese Dinger hier, die wir auch Lamellos nennen. Das könnte ein bisschen verwirrend sein. Im Prinzip ist es fast egal. Ihr könnt mit einer Lamello-Fräse, um Gottes Willen, Flachdübel fräsen. Aber ihr könnt auch mit der Flachdübel-Fräse Lamellos fräsen. Weil das ist ein Original-Lamello. Ihr könnt natürlich auch günstige kaufen. Aber das ist jetzt ein teurer. Und die Frage ist, passt er oder nicht? Wir stecken ihn mal rein. Es ist auf jeden Fall super ausrissfrei. Das finde ich schon mal toll bei so einem günstigen Ding. Und, boah, die Passform ist auch sehr gut. Und man sieht jetzt auch, warum es nicht ganz so wichtig ist, wo wir anlegen. Solche Lamellen oder Flachdübel haben immer ein bisschen Spiel. Trotzdem sollte es natürlich möglichst passgenau sein. Wir sollten uns jetzt nicht beim Anzeichnen schon gar keine Mühe mehr geben. Wir fräsen jetzt mal das Gegenstück und gucken, wie es passt. So, dann wollen wir mal. Hoppla. Hoppla. Super sauber. Ach, wir können ja das Gegenstück einfach reinstecken. So, dann wollen wir mal schauen. Ach. Man sieht auf jeden Fall, es passt. Ey. Nein. Es passt zusammen. Und man sieht auch, dass man hier relativ doof anzeichnen kann. Und es passt trotzdem. Das ist echt der Vorteil bei Lamellos. Aber wir haben einen Höhenversatz und gar keinen geringen. Das passt nicht. Aber warum? Also, wir messen jetzt mal von da, wo wir gefräst haben, zu der Linie, wo wir angelegt haben. Also hier oben. Das sind bei diesem Stück genau 8 Millimeter. Und hier ist das unsere Referenzkante. Und wenn wir hier oben messen, haben wir 9. Äh? Wie geht das? Ich bin eigentlich bis jetzt sehr happy gewesen. Aber so ein Millimeterversatz ist dann doch schon ganz schön viel. Vielleicht ist es, weil dieses Teil hier einfach wackelt, wie Sau. Können wir das noch fester drehen? Nee. Das hat hier unten viel zu viel Spiel. Hier an der Seite wackelt das wirklich ziemlich doll. Ich weiß nicht, wie das bei der Höhenverstellung ist. Die ist ziemlich fest. Aber dieses Winkelteil, hier rechts ist es relativ fest. Aber hier links? Wie können wir dich reparieren? Du funktionierst doch eigentlich ganz gut. Wir fräsen einfach nochmal. Ich versuche irgendwie mehr oder weniger Druck zu geben. Ich weiß jetzt nicht genau, was richtig ist. Aber wir probieren es einfach nochmal aus. Wir probieren jetzt einfach mal so eine Verbindung zu machen. Im Prinzip ist es ja völlig Wurst, wie wir es machen. Und schauen einfach mal, ob es geht oder nicht. So, wir markieren uns das jetzt hier einfach nochmal. Das sind unsere Referenzflächen. Wir fräsen einmal hier in die Fläche und einmal hier in die Fläche. Die Passform von den Lamellos ist tatsächlich echt richtig, richtig klasse. Also mit Leim ist das schon fast ein bisschen zu fest. Aber ich mag es so. Das hält wirklich spitze. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ob es jetzt auch passt. Oh, ja. So soll es sein. Man soll was fräsen. Es passt. Also so könnte man auf jeden Fall einen Korpus verleimen. Das ist auch ein bisschen das, wofür solche Lamellos sind. Man sieht natürlich an der Größe und daran, wie viel Platz so ein Ding in der Fläche einnimmt. Es ist ganz klar, wir werden damit nicht kleine Holzleisten verleimen, weil das einfach mit dieser Größe nicht passt. Solche Lamellen sind perfekt oder Flachdübel, wenn wir Korpusmöbel bauen wollen. Ganz schnell, ganz günstig, ganz einfach. Man sieht es, man zeichnet sich eine Linie rein. Paff, paff. Fräst zweimal. Und es passt. Aber Jonas, was hast du anders gemacht? Normalerweise halte ich diese Fräse wie die Domino-Fräse gerne mit der linken Hand hier vorne fest, weil ich den besten Hebel habe. Drücke sie da runter, halte sie fest und schiebe dann von hinten die Fräse. Ich halte die auch immer ganz hinten fest. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber so mache ich das. Eben gerade habe ich es etwas anders gemacht. Da habe ich im Prinzip wirklich hier oben festgehalten und dann die Fräse daran reingedrückt. Weil natürlich hier, dadurch, dass das Teil wackelig ist, das nicht unbedingt der beste Ort ist, um auch noch Druck auszüben. Ich glaube, wenn ich jetzt hier noch das Teil runterdrücke, dann mache ich es nicht besser. Und man sieht, wenn ich es so wie eben mache, dass ich einfach hier festhalte, dann passt es perfekt. Wir können grundsätzlich Flachdübel fräsen, die passen. Klasse. Es gibt aber noch eine weitere Anwendung, wo diese Höhenverstellung sehr, sehr spannend wird, finde ich. Zum Beispiel, wenn wir eine Gehrung machen wollen, eine Gehrung machen, eine Gehrung verleimen wollen. Also, dann haben wir natürlich oft das Problem, wenn wir einen möglichst großen Lamello haben wollen, dann ist die Frage, wo setzen wir den hin? Setzen wir ihn zu weit unten, fräsen wir durch. Und wir können ihn nicht mehr richtig so einleimen, dass wir viel Material haben, wo er hält. Es ist also da spannend, ihn möglichst weit oben einzusetzen, sodass er nach unten nicht ausbrechen kann. Und das ist also etwas, was wir eigentlich jetzt mit dieser Höheneinstellung ganz toll einstellen müssten, könnten, können, müssten, hätten. Ich weiß es doch auch nicht. Wir probieren jetzt mal aus, ob das geht, weil das wäre natürlich extrem geil. Dann wollen wir mal. Oh, man kann von hier oben den Fräser sehen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es wundert mich schon, dass man diese Maschine, obwohl sie so wackelig in sich ist, eigentlich wirklich auch in so komischen Positionen gut führen kann. Sie bewegt sich ein ganz, ganz bisschen nach links und rechts, aber allgemein lässt sie sich wirklich sehr, sehr gut führen. Und ja, ich hatte Schiss, dass ich durchfräse, deswegen liegt da was drunter. Egal, ab zum zweiten Brett. Durch die Höheneinstellung konnten wir das jetzt so einstellen, dass wir oben und unten richtig schön viel Material haben. Und hätten wir jetzt rein theoretisch gesehen eine größere Gärung, so wie hier, dann könnten wir natürlich wunderbar zwei Lamellos übereinander machen, weil wir eine andere Tiefe einstellen könnten und so wäre die Verleimung noch stabiler. So, jetzt sollen wir aber gucken, ob unsere Gärung hier hinhaut. Die Passform ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Es geht auf jeden Fall mit Druck zusammen. Passt also eigentlich schon halbwegs. Wir können das jetzt mit einer Zwinge hier schon richtig schön fixieren. Dadurch, dass wir den Flachdübel da drin haben, verrutscht nichts. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier oben an der Ecke noch eine Zwinge ansetzen würden, dann hätten wir einfach eine im Prinzip perfekte Gärung. Mit einer 50 Euro Lamellenfräse. Ciao. Für ein Zehntel vom Preis bekommen wir ein Feature, was die teure Maschine nicht hat. Und ich sage euch, wie es ist. Das ist sie, die heilige Zeta P2. Selbst die Maschine für über 1000 Euro hat dieses Feature von einer 50 Euro Fräse nicht. Und das ist Wahnsinn, weil ich finde, dass die Möglichkeiten, die diese einfache Höhenverstellung bringt, die sind schon sehr, sehr geil. Natürlich ist alles ein bisschen wackelig. Dieses Teil hier, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Es ist nicht mal die Höheneinstellung. Die funktioniert eigentlich ganz gut. Der größte Kritikpunkt ist tatsächlich, wie wackelig der Winkelanschlag ist. Je nach Winkel wackelt er mal auf der rechten oder mal auf der linken Seite. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir haben hier freihand eine Gehrung gefräst, die wir tatsächlich so auch verleimen könnten. Mit unserem Flachdübel drin. Und das passt alles zusammen. Obwohl die Teile halbwegs wackelig sind. Also ich finde das eigentlich echt erstaunlich. Auch die Absaugung ist spitze. Hier liegt nichts. Es liegt einfach gar nichts hier rum. Und das ist eigentlich nichts, was ich von einem Gerät für 50 Euro in irgendeiner Art und Weise erwartet hätte. Das ist wirklich der einzige kleine Kritikpunkt. Ihr packt das Ding aus und ihr könnt direkt Schränke bauen. Ich hätte nicht gedacht, dass man für so wenig Geld das Ding vernünftig benutzen kann. Ihr habt verschiedene Einstellungen. Ihr könnt mit dem 10er kleinere fräsen, bei 20 größere. Ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr braucht. Und das für so wenig Geld einhellt. Bisschen noch hier in diesem Mechanismus. Und dann ist es wirklich schon sehr, sehr nice. Das bedeutet natürlich, wie immer, dass ich erstmal den Stecker rausziehe. Weil wir das Ding jetzt nicht mehr brauchen. Hops. Das Kabel ist auch ein bisschen sparsam. Das muss man sagen. Das ist tatsächlich relativ kurz. Das nervt. Aber das Ding ist voll in Ordnung. Einer von euch kriegt es mit dem Hashtag. Ziffer. Zeta. Das ist natürlich fast schon Frevel, das so zu machen. Aber ist egal. Mit dem Hashtag Zeta bekommt einer von euch diese Einhellfräse. Sie ist völlig in Ordnung. Wenn ihr starten wollt und ihr wollt nicht 500 Euro für eine Lamellofräse ausgeben, ihr werdet damit arbeiten können. Und dass ich das sage, ist eigentlich... Jetzt kommt bald der Hate auf meinen Kopf. Aber ich habe es gesagt. Weil ich diesen Kanal für euch mache, damit ihr Spaß habt. Und wenn was günstig ist und funktioniert, dann macht es doch. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Mein armes Kätzchen nehme ich mit. Ich mag dieses Gerät. Trotzdem sage ich es, wie es ist. Tschüss. Ah, die andere. Die Klassik. Komm. Ihr bleibt hier. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.